Geil, großartig, herrlich, das ist wirklich der größte Crew aller Zeiten. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich möglichst unauffällig fahre. Die werden uns nie kriegen, niemals. Dachten, sie könnten mich austricksen. So, ich bin gerade hier zum Flughafen unterwegs. Vor mir fährt eine Straßenbahn. Diese scheiß Grün bauen uns hier eine Straßenbahn nach der anderen vor die Nase. Hier, schaut, 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 schaut. Es geht nicht. Hier, Achtung, Schulkinder steht da. Diese Fenner, diese Fenner. Mann, ich bin auf der Flucht. Oh, fuck. Ich hoffe, die Bullen haben. Es geht weiter, es geht weiter. Das große Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir in einem Land der Mittelmäßigkeit leben. Ein Land der Mittelmäßigkeit. Jede Straße wird vollgebaut mit Radwegen, Straßenbahnen, Gleisen, Mann. Es ist einfach mit dem Auto kein Durchkommen mehr. Es macht einfach mit dem Auto kein Spaß mehr zu fahren. Wir leben in einer Diktatur. Ja, wir leben in einer Diktatur. Oh Gott, Scheiße. Nein, das kann doch jetzt nicht sein. Diese Flachzange, die hat vergessen, voll zu tanken. Scheiße, Mann, ey. Und hier, hier, hier in der Innenstadt gibt es doch keine Tankstellen mehr. Mann, 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 was? Was? Mach ich jetzt nur? Okay, ich, okay, stopp. Ich filme gleich weiter. Jetzt muss ich erstmal mit Benni telefonieren.